Hallo zusammen. In der gesprochenen Sprache hört man den Konjunktiv 1 fast nicht mehr. Aber in der Schriftsprache ist er wichtig. Wie geht er? Ja, heute behandeln wir das Thema Konjunktiv 1. Einmal haben wir schon dieses Thema ausführlich geklärt. Jedoch ist es wichtig zu wiederholen. Zu wichtig ist Konjunktiv 1 für den Test DAF. Sowohl für den papierbasierten, als auch für den digitalen. Wir müssen doch die Meinungen der anderen wiedergeben. Dafür ist Konjunktiv 1 perfekt geeignet. Wozu gebraucht man Konjunktiv 1? Welche Formen hat Konjunktiv 1? Welche sind aktuell, welche nicht? Das alles werden wir heute klären. Bleiben Sie dabei. Zuerst besprechen wir natürlich den Gebrauch. Man verwendet den Konjunktiv 1 vor allem, um Aussagen von anderen Personen wiederzugeben. Um also ihren Inhalt zu wiederholen. Aussagen von anderen Personen wiedergeben. Ihren Inhalt zu wiederholen. Mit Hilfe der indirekten Rede kann man Aussagen verkürzen oder objektiv darstellen. Sofort haben wir hier auch ein Beispiel. Die Ministerin sagte, dass sie die Benzinpreise erhöhen wolle. Das ist die Form von Konjunktiv 1. Und diese sind die Wörter von der Ministerin. Der Konjunktiv 1 wird vor allem in der Schriftsprache verwendet. Man sieht ihn in Zeitungsartikeln, wissenschaftlichen Publikationen und anderen objektiven Texten. Und im Test darf selbstverständlich auch. Im mündlichen Sprachgebrauch hört man ihn fast nur noch in Nachrichten und wenn man andere Menschen feiert. Er lebe hoch. Wenn wir so sagen oder sie lebe hoch, das bedeutet, dass wir den anderen Personen, also ihm oder ihr, viel Erfolg, viel Glück und langes Leben wünschen. In der Alltagssprache verwendet man für die indirekten Rede meistens den Indikativ oder den Konjunktiv 2. Der Arzt meint, Clara rauche zu viel. Das ist für die Schriftsprache und für die gesprochene Sprache nutzen wir diese zwei. Der Arzt meint, Clara raucht zu viel. Das ist typisch, das hören wir tagtäglich. Oder der Arzt meint, dass Clara zu viel raucht. Wenn wir eine Konjunktion haben, dann stellen wir das Verb ans Ende des Satzes. Zweites Beispiel. Der Arzt meint, Clara würde zu viel rauchen. Das ist auch eine übliche und verbreitete Form in der gesprochenen Sprache. Welche Formen hat Konjunktiv 1? Den Konjunktiv 1, der Gegenwart, bildet man aus der Stammform des Verbs und den Endungen –e, –est, –e, –en, –et und –en. Und hier haben wir eine Konjugation vom Verb sagen. Und sofort ist es auffällig, dass diese Formen mit Indikativ übereinstimmen. Diese haben einen kleinen Unterschied. Sagest, nicht sagst. Er siehst, sage. Das ist ein großer Unterschied. Ihr saget. Diese Buchstaben signalisieren, dass es Konjunktiv 1 ist. Bei Modalverben ist es einfacher. Ich dürfe, du dürfest, er siehst, dürfe, wir dürfen, ihr dürfet, sie, sie dürfen. Hier ist es so, dass diese zwei mit Indikativ übereinstimmen. Wir müssen diese Formen dann ersetzen und anstatt dieser Formen verwenden wir Konjunktiv 2. Dann wir dürften, sie, sie dürften. Für den Test, darf, sind, diese Formen aktuell. Also dritte Person Singular und dritte Person Plural. Mit der dritten Person Singular gibt es kaum Schwierigkeiten. Diese Form ist immer originell. Mit dieser Form müssen wir noch zusätzlich arbeiten. Wir müssen Konjunktiv 2 häufig verwenden. Mit Modalverben ist es dürften zum Beispiel oder müssten oder könnten. Das werden wir weiter noch. bearbeiten. Haben. Ich habe, du habest, er siehst, habe, wir haben, ihr habt, sie, sie haben. Diese Formen stimmen mit Präsens überein. Das geht nicht. Wir müssen diese Formen ersetzen. Ich hätte, wir hätten, sie, sie hätten. Alle anderen Formen sind originell und wir dürfen diese Formen so lassen, wie es hier angegeben ist. Sein. Ich sei, du seiest, er siehst, sei, wir seien, ihr seiet, sie, sie seien. Diese Form ist vollständig originell. Wir brauchen keine Ersatzformen von Konjunktiv 2. Weiter. Die Formen des Konjunktiv 1 in der zweiten Person Singular, das ist diese Form hier, du zum Beispiel, und der zweiten Person Plural, das ist diese Form zum Beispiel, gelten als veraltet, also als unmodern. Sie werden deshalb fast nicht mehr verwendet. Deshalb benutzt man meistens nur diese Verben und Verbformen im Konjunktiv 1. Erste Person Singular, wenn Form von Konjunktiv 1 und Indikativ nicht gleich sind. Dritte Person Singular, selbstverständlich, für den Test DAF ist es wichtig, also fast ausschließlich, hier brauchen wir diese Form hier. Und alle Formen von sein, alle Formen von sein sind aktuell. Bei allen anderen Verben und Verbformen und wenn der Konjunktiv 1 und Indikativ Präsens gleich sind, verwendet man meistens als Ersatzform den Konjunktiv 2. Das ist gerade, was ich schon erklärt habe. Ersatzform in Konjunktiv 2. Deine Schwester sagt, du habest zu lange Arbeitstage. Deine Schwester sagt, du hättest zu lange Arbeitstage. Warum nutzen wir diese Form hier? Weil die Formen von zweiter Person Singular und zweiter Person Plural als veraltet gelten. Stattdessen verwenden wir Konjunktiv 2. Der Lehrer meint, die Kinder kommen immer pünktlich. Der Lehrer meint, die Kinder kämen immer pünktlich. Das ist schon etwas Aktuelles. Das ist Plural und für den Test DAF ist es auch wichtig. Häufig müssen wir auch die Wörter mehrerer Personen angeben. Hier zum Beispiel handelt es sich um die Kinder. Die Kinder kämen immer pünktlich oder die Kinder würden immer pünktlich kommen. Das ist auch möglich. Also entweder diese Form hier kämen. Diese Form wird von Präteritum abgeleitet. Also kommen, kam, gekommen und dann brauchen wir noch Umlaut und diesen Buchstaben entkämen für Plural oder die Kinder würden immer pünktlich kommen. Aber bei Formen des Konjunktivs 2, die identisch mit dem Indikativpräteritum sind, verwendet man den Konjunktiv 2 mit Würde. Zum Beispiel, die Nachbarn behaupten, unsere Kinder sagen nicht die Wahrheit. Und diese Form ist mit Präteritum identisch. Deswegen verwenden wir Würde plus Infinitiv am Ende des Satzes. Die Nachbarn behaupten, unsere Kinder würden nicht die Wahrheit sagen. Im Konjunktiv 1 gibt es nur eine Vergangenheitsform. Sie wird aus der Konjunktiv 1-Form der Verben haben oder sein und dem Partizip 2 gebildet. Beispiele hier. Die Ministerin sagte, sie habe die Benzinpreiserhöhung lange geplant. Also das ist eigentlich wie perfekt. Nur haben wir diese spezifischen Formen von haben und sein. Die haben wir gleich hier analysiert. Haben und sein. Die verwenden wir und zusätzlich am Ende des Satzes steht Partizip 2. Der Politiker sagte, er sei gestern an die Ostsee gefahren. Sei gefahren. Warum sei? Weil das einfach ein Bewegungsverb ist. Deswegen verwenden wir hier statt haben sein. Bezug. Zwischen direkte und indirekte Rede kann sich der Bezug verändern. Achten Sie deshalb auch auf Personalpronomen, Positivartikel und Zeit- und Ortsangaben. Also Personalpronomen, Positivartikel und Zeit- und Ortsangaben. Die Sprecherin sagte, ich kümmere mich morgen um das Problem. Hier haben wir diese Schwierigkeit hier. Morgen. Die Sprecherin sagte, dass sie sich am nächsten Tag um das Problem kümmere. Nicht nur ist es wichtig, das Verb zu ersetzen und im Konjunktiv 1 zu nutzen, sondern auch das Verb morgen zu ersetzen und stattdessen diese Struktur hier zu verwenden. Am nächsten Tag. Weiter. Der Prominente sagte in einem Interview über Hamburg, hier ist mein Zuhause. Also das ist hier die Schwierigkeit. Ersetzen wir. Der Prominente sagte in einem Interview über Hamburg, dass dort sein Zuhause sei. Also hier haben wir das Verb ersetzt und außerdem haben wir noch statt hier, dort verwendet. Achtung! Die Zeitform in der indirekten Rede hängt nicht vom einleitenden Verb ab. Also das ist nicht wie im Englischen, dass wir irgendwelche Übereinstimmung von Formen benötigen. Nein, hier ist es einfacher. Der Minister bestätigt, bestätigte, hat bestätigt, es ist egal, dass seine Frau von der Aktion gewusst habe. Also hier haben wir perfekt. In Konjunktiv ja, das ist eine Vergangenheitsform von Konjunktiv 1 und hier kann alles stehen. Das spielt tatsächlich keine Rolle. Wir brauchen keinen Zusammenhang zwischen diesen zwei Sätzen zu erstellen. Dieser Satz ist selbstständig und der erste Satz, der Hauptsatz, ist ebenfalls selbstständig. Wir benötigen keine Übereinstimmung der Formen in diesen Sätzen. Weiter haben wir einige Übungen. Versuchen wir hier was zu ergänzen. Formulieren Sie die indirekte Rede wie im Beispiel. Welches Beispiel haben wir hier? Der Berater sagt, essen Sie mehr Gemüse. Und hier haben wir auch einen Hinweis. Der Berater sagt, ich solle mehr Gemüse essen. Nummer 2. Der Berater meint, bewegen Sie sich mehr. Sie. Der Berater meint, der Berater meint, sie solle sich mehr bewegen. Wir haben das hier ersetzt. Statt Imperativ verwenden wir im Konjunktiv 1 Modalverb sollen. Das ist der Wunsch der anderen Person. Deswegen verwenden wir hier Modalverb sollen. Imperativ ist in diesem Fall nicht möglich. Der Berater sagt, nehmen Sie 10 Kilo ab. Der Berater sagt, nochmal, der Berater sagt, er solle 10 Kilo abnehmen. Wieder sind es die Wörter des Beraters. Und deswegen verwenden wir hier das Modalverb sollen. Das ist hier Imperativ. Und in Konjunktiv 1 verwenden wir Modalverb sollen, um die Wörter des Beraters wiederzugeben. Der Berater meint, essen Sie weniger Brot. Der Berater meint, der Berater, der Berater, der Berater, Berater meint, sie sollen weniger Brot essen. Und hier zum Beispiel, wenn es Plural ist, dann stellen wir hier den Buchstaben T. Und das bedeutet, dass wir eine Ersatzform in Konjunktiv 1 gebraucht haben. Wenn es hier Singular ist, dann ist es einfach, dann ist es einfach, solle. Also diese zwei Optionen sind hier möglich. Wenn es zu Plural gehört, dann ist es sollten. Wenn es zu Singular gehört, dann ist es solle. Der Berater sagt, hören Sie auf zu rauchen. Der Berater sagt, schreiben wir groß, und der Berater sagt, ich solle aufhören zu rauchen. Das ist eine Infinitivkonstruktion, Modalverb hier und dann steht das Verb ohne Teilchen zu und weitere Struktur kommt mit Teilchen zu. Aber das gehört nicht mehr zu diesem Modalverb, deswegen können wir frei dieses Teilchen hier verwenden. Also hier sind einige Möglichkeiten, hier ist, wie wir Imperativ in Konjunktiv 1 wiedergeben können, und das können wir mit dem Modalverb sollen machen. Weiter kommt zweite Aufgabe, eigene Erfahrungen. Ergänzen Sie die Verben im Konjunktiv 1. Ja, das sind die Wörter von Ruth aus England und deshalb müssen wir Konjunktiv 1 verwenden. Das ihr, die Stadt, sehr gut gefalle. Das gehört zum Wort die Stadt und deswegen verwenden wir hier den Buchstaben E, dritte Person Singular. Nummer 2. Sie sagt, sie allen empfehlen, in Zürich zu studieren oder zu arbeiten. Sie können, also mit der dritten Person Singular, er sie es, haben wir meistens kein Problem. Das ist leicht und man kann das, man kann sich das sehr leicht merken. Sie erzählt, dass sie schon viele schöne Erfahrungen in der Schweiz gemacht habe und dass Zürich eine tolle Stadt sei. Deshalb, deshalb, sie gern dort bleiben. Deshalb wolle sie gern dort bleiben. Also mit der Konjugation ist hier alles einfach. Alle Verben gehören zur dritten Person Singular und deswegen benötigen wir am Ende immer noch diesen Buchstaben E und nichts anderes. Wiederholen Sie die Formen von Konjunktiv 1 für den Test darf, sind die Formen von der dritten Person Singular. Also das sind diese Formen hier. Das ist die dritte Person Singular. Das ist er sie es. Diese Formen sind aktuell und Plural ist ebenfalls wichtig. Hier gibt es eine Kleinigkeit. Wenn die Formen von Indikativ und Konjunktiv übereinstimmen, verwenden wir stattdessen Konjunktiv 2. Zum Beispiel wie hier mit dem Modalverben Sie, sie dürfen. Das ist nicht möglich. Das ist so gleich wie im Präsens. Deswegen verwenden wir hier dürften Konjunktiv 2. Sie haben. Das ist auch genauso wie im Präsens. Wir verwenden das Verb hätten. Wir brauchen hier nichts zu machen. Diese Form ist hier originell und wir lassen diese Form einfach so, wie es hier angegeben ist. Das war also unsere kurze Wiederholung vom Thema Konjunktiv 1. Versuchen Sie. Versuchen Sie auch einige zusätzliche Übungen zu diesem Thema zu machen. Und verwenden Sie auch für die Wiedergabe der Meinungen in Ihren schriftlichen Ausdrücken. Das Thema ist aktuell und zeigt auch Ihre grammatische Kompetenz. Das ist eine kleine Sache, die den Gesamteindruck von Ihren Aufsätzen verbessern könnte. Das ist alles, was ich zum Thema Konjunktiv heute erzählen wollte. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder nicht alles verstehen, was ich hier erzählt habe, dann können Sie sich bei mir melden. Ich hätte einige zusätzliche Aufgaben für Sie und ich kann zusätzlich einige Informationen verleihen, sodass Sie tiefer in dieses Thema eintauchen. Hiermit verbleibe ich mit den freundlichen Grüßen. Ich wünsche Ihnen viel Geduld für Ihre Vorbereitung und viel Erfolg für Ihre bevorstehende Prüfung. Und bis nächstes Mal. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.